So, dann dein Abenteuer fortsetzen und den nimmer. So ist der Stand der Dinge. Die Suche nach den restlichen Kugeln führt unsere Helden nach Mandala, wo sich geheimnisvolle Ruinen und ein noch geheimnisvolleres Wandbild befinden. Dort begegnet ihnen mitten im geschäftigen Treiben der Händler und Höcker ein kleines Mädchen, das sich verlaufen hat. Doch schon bald erfahren sie, dass die Kleine nicht ganz das ist, was sie zu sein scheint, sondern eine verrückte Kreatur, die eine verzerrte Welt auf der anderen Seite des Freskos erschaffen hat. Sie machen sich auf in den Bereich hinter dem Gemälde, um ihrem irrsinnigen Treiben ein für alle Mal ein Ende zu setzen und sie schließlich zu bezwingen. Als das Monster endlich tot ist, können die Seelen, die es versklavt hat, endlich aus ihrem gemalten Gefängnis entkommen. Während ihres Todeskampfes offenbart Chiara, dass Hagrimor hinter dem Fluch des Wandbildes steckt. Noch entschlossener, diesen Missetäter von einem Magier zu besiegen, kehren unsere Helden in die Realität zurück, um das als Zauberschlüssel bekannte mystische Artefakt zu finden. Seine Fähigkeit, den Zugang zu bislang noch nicht erkundeten Gebieten freizugeben, dürfte sich als große Hilfe bei der immer noch andauernden Suche nach den Kugeln erweisen. Genau, wir haben den Schlüssel gekriegt und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen auch an die Seite von YouTube. Wir befinden uns im Tag, schau mich weg, ich habe keine Ahnung mehr, ich glaube 7. Hätte ich mal vorher gucken sollen, ne? Da habe ich das natürlich zugemacht. Ich glaube Tag 7 ist es. Tag 6 oder 7. Von Dragon Quest 11 Auf der Nintendo Switch, die Definitive Edition und Ja, falls ihr da eventuell mal live mit dabei sein wollt, mein Twitch-Kanal-Verlinkung wie auch Twitter und Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Meine Gebete wurden erhört, ihr seid zu uns zurückgekommen, der Tigerler. Mögen die Mächte des Himmels weiter über euch wachen. O himmlische Mächte, die ihr uns schützt und uns den Weg weist, bitte behütet dieses arme, verehrte Schäflein. So, haben wir es einmal gelesen. Für den Rest des Abends wird es geskippt. So, jetzt passt's. Dann, lassen wir gucken. Du wirst alle 6 Kugeln benötigen, um Yggdrasil zu erreichen. Du musst in allen Ecken und Winkeln Erdreal nach ihm suchen. Genau, ich erinnere mich, wir waren hier in der Bibliotheca La de Mini Medagliosos. Ich finde es halt echt krass, dass das hier an meinem Monitor schlechter ausschaut wie drüben, ne? Am Fernseher, obwohl der größer ist. So, erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Hier, ich habe tatsächlich knapp zwei Wochen nicht gespielt. Heute, by the way, mal für YouTube der 20.10. Ein Sonntag. So, Alter, ich erinnere mich. So, irgendwas war hier noch. Siehst du, das hätte ich beinahe verhunzt. Dann muss ich noch wieder reingehen. Irgendwas war da mit einem komischen Baum, ne? Das habe ich dann irgendwie nicht mehr ganz gereiht. Oh, das war doch hier. Alter, ich komme schon jetzt da rüber. Hier werde ich meine Erinnerungen vergraben, wo die Birke, unter der wir einst träumten, im Abendschein ihren Schatten wirft. Alles, was ich zurücklasse, soll dir gehören, meiner liebsten Freundin. Vielleicht bilde ich mir das hier nur ein, aber egal wie oft ich sie auch lese, mir drängt sich der Verdacht auf, Quezze Message es pur moi, dass diese Nachricht für mich bestimmt ist. Reisender, könnt ihr für mich in jenem Garten nachsehen? Etwas ist dort vergraben, wo sich im Abendschein der Schatten der Birke erstreckt. Genau wie das Tagebuch sagt, Ich bin mir ganz sicher. Für alle unter den Zuschauern, die sich gerade, die in Erdkunde aufgepasst haben. Buenos momentos. Boa voros. Ist das deine Birke? Ja genau, für die da mussten wir, äh, Ding machen, äh, das ist doch eine Birke, oder? Ja, ich habe auf der PS4 gespielt, hier brauchen wir die andere Taste. Ein zweiter Frühling, genau, da brauchen wir noch Bunny Kostüm. Braschüttete Erinnerungen. Birke, weiß, schwarze Rinde. Weiß, schwarze Rinde. Okay, guck mal gleich. Adam de Beauvoir gebeten, einen mysteriösen Hinweis nachzugeben, der im staubigen Tagebuch einer Schüttel hinterlassen wurde. Ja toll, das ist, äh, der Teil der, da, 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 oh Mann, ey. Also, ist das weiß mit schwarzer Rinde? Ne, oder? Oh, okay, mon Mademoiselle de, da, 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 da. Wo die Birke, unter der wir einst träumten, im Abendschein ihren Schatten wirft. Also, erstmal brauchen wir Abend. Aber hier steht halt nicht, wo, wo die blöde Birke ist. In jenem Garten, Alter, nerv mich doch nicht, du blöde Tussi. So, wenn wir jetzt hier nach, da geht's vorne. Nach hinten geht's hier nicht raus. Äh, gut, hier wird kein Schatten schmeißen, sollte das eine Birke sein. Also, hier geht's nur hoch. Ja, dann gehen wir mal da hinten. Also, das kann nur irgendwo vorne draußen sein. So, und hier geht's dann wieder runter. Und dann sind wir wieder da. Erst einmal, äh, wie viel Geld habe ich? 1,5, ja gut, das kann man noch. Wo ist denn hier jetzt? Ja, toll, jetzt schläft er wieder eine ganze Nacht. Ich brauche da Abend. Ah. Ist das jetzt Abend? So, da komme ich ja nirgends hin. Wahrscheinlich geht das hier, Alter, kann ich hier drücken, was ich will. Wahrscheinlich geht das halt nur abends. So, ja, und hier geht's dann raus. Hm. Hm. Warte mal, wir können dann da wieder runter. Hm. So, wir fangen mal hier an. Oh, ist leider da. Haben wir hier sonst noch was? Das, glaube ich, haben wir schon geholt. Ah, sieht so aus. Ja, die ist leer. Aber da können wir was holen. Königliche Erde. Da kletterst du jetzt da hoch. So, das Problem ist jetzt. Muss ich jetzt echt dumm rumstehen bis zum Abend, oder was? Ja, überall wo Hecke ist, komme ich nicht hin. So, hier hoch, da rüber. Hier ist dann auch Ende. Also, es ist schon, ne, wenn da ein Baum steht, dann kann das nur der sein. So, hier können wir sonst auch nirgendwo hin. Oh, oh. So, ist entweder irgendwo hier. Wobei, wie gesagt, ich vermute halt, dass das halt nur zur richtigen Tageszeit geht. Und ich habe hier halt, Entschuldigung. Da drin beim Pennen kann ich nur, äh, bis zum nächsten Morgen. Sonst kann ich dann jürgen. So, hier können wir nur, da haben wir da hier sonst noch ein Bett. Ja, gut, dann ist da doof. Bei meinem Glück ist das wie immer. Wenn ich hier jetzt so stundenlang rumstehe, dann ist da voll das Gelugbe drin, wo ich mir so denke, alter, den Aufwand. Ich werde jetzt aber weiterziehen. Wahrscheinlich ist da der Mega-Übership drin. Dann gucken wir uns das später mal, ja. Die Champs so war's. So, das Ding jetzt. Guck mal, da sind sie ja wieder. Oh, das kämpfen wird nachher sicher lustig. Erst mal da reinkommen, ja. Zumal ich auch wieder privat gespielt habe. Boah, gibt's ja nix zum einsammeln, oder was? Da ist doch was. So, die Frage jetzt, wo müssen wir hin? Irgendwann, heute müssen wir auch mal wieder nach Ticklingen. Da haben wir mittlerweile schon ein paar Zeitwörter gefunden. Wenn die Soundstaaten nicht so nervig werden, ne? Trage mich echt, ey, wir haben das Frühjahrs-Kinder ausgehalten. So, ich muss mal die Farmen nebenbei. Servus, äh, das war eigentlich so nicht geplant. Aber gut. So, sie fängt an gegen Flugviecher. Da war doch hier so ein... Mein Vakuum-Kick, oder? Rückwärtsrolle, der war aus Erntemond. So, sie fängt an, sie fängt an, sie fängt an, sie fängt an. Komm, das machen wir gleich noch mal. Huhu. Okay, klappt schon mal. 384 EP, 74 Goldmünzen, Ticklein, Level Up. Nein, wollte man nicht verwenden. Oh, siehst du da, Talentpunkte, alter, äh, kann ich nicht mehr wieder eine Stunde reinarbeiten, äh. Was ich da machen wollte, so, wo war denn jetzt der komische, irgendwo hat der gerade was, das war... Oh, das war wahrscheinlich das da hinten, oder? So, das Ding ist, nach knapp zwei Wochen ist das nicht ganz so einfach. Wo müssen wir hin? So, Gebieter in der Nähe. Mandala, Mandala, waren wir da schon in Mandala? Doch, im Mandala waren wir schon, da war doch da Dienstpunks. Genau, Mandala Osten, Wat Nu. Genau, das war das. Da waren wir schon. Missionen, nicht für Missionen relevant. Hm. Da hinten kommt man hin. Da hinten gibt es auch was. So, und was war das da drüben bei dem Mondding nochmal? Jetzt bin ich ja neugierig. Die Kiste haben wir. Kann man hier irgendwas tun, aber da komme ich doch gar nicht rein. Nein, da komme ich nicht rein. Ach. Oh, das dachte ich, hier komme ich rein. Ausschlecken. Ah, oder ist das hier? Äh, da komme ich aber auch nicht hin. Nein, ich bin ja nicht neugierig. Ich will es doch nur wissen, Mensch. Aber muss ich ja etwa. Ah, das war verkehrt. Glimmer Gras gibt es da. Okay, dann gehen wir mal da hoch und da nach rechts. Irgendwie muss es ja irgendwann weiter gehen. Dachte er, lauf nach oben und er lief nach unten, der Idiot. Oh, rennen wir da hoch. Oh, servus. Tschüss, tschüss. Oh, da funkelt noch was. Himmelsgebinde. Alles mitnehmen, was nicht nico-nagelfest ist. Oh, ne. Entschuldigung. Oh, sag mal. So, wir fetzen mal da hoch. Oh, naja, hier war ich ja schon. Gibt es hier noch was? Nö. Oh, nee, den wollen wir jetzt nicht. Oh, wo geht es denn da hin? Wir sind nicht... Oh, guck mal. Wir sind nicht neugierig. Wir wollen es nur wissen. Platin-Erz. Uh, okay. Und Spiegelstein. Okay. Dass man da nicht einfach drüberhüpfen kann, ne? Ah, gut. Oh, gut, die Level-Desiger werden sich schon was dabei gedacht haben. Äh, nein, 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 nein. Das wollten wir doch gar nicht. Hier gibt es sechs. was ich nicht will so hier haben wir dann das platz wir speichern mal kurz weinten schimmert da kann man da drunter spiegel stein wo es hier überall so dinger gibt wir sind da wieder hin da muss es ja was mega geiles geben zauberter stein so habe ich hier nicht klar was glitzern sehen so habe ich hier nicht klar was glitzern sehen wo war denn das jürgen war sie gerade geglitzert wir haben wort doch was haben wir denn hier viele verstecke hier noch eine kiste vorreiter oh wollte ich jetzt gar nicht da geht es auch nicht lang da geht es auch nicht lang hier haben wir noch mal was mitten auf der brücke eschenburger heller hier liegt aber viel weil ich beschwere mich nicht Feuerstein zieliger zweig brauchen wir noch was ein bisschen glimmergras was denn das hier alles gibt hier entlang zum Horror Horse wir treten auf eigene Gefahr aber ich bin mal neugierig hier bin ich also wirklich neugierig also ich bin neugierig und ich will es wissen hier geht es ein genügsamer Holzhacker nachher werden wir auch mal ein bisschen durch die Gegend porten tatsächlich dann aber porten oh guck doch mal eine der Kugeln muss sich in der Nähe befinden was okay erstens wie komme ich da rüber einfach rüber laufen die sind ah komm her die sind zwar nervig sind gar natürlich nur zwei und wenn ich gerade da drüben aber gut noch mal vakuum kick nice du machst doch mal bitte ein schlummer stoß wäre ja auch ein schwachfug gewesen wenn das mal geklappt hätte okay knister oder brutzelt glaubt brutzelt brutzelt mehr oder der hatte da den da und er hat mit knirisch einzelner fein knack gruppe schön zumindest kämpfen klappt er noch halbwegs 374 80 bin ich ja gespannt ob man da jetzt unten woanders da rauskommt also das ist jetzt aber wie schiss muss ich echt mal sagen so wir gucken uns mal hier die map an oh da oben geht es zur condor klippe ja 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 das kennen wir schon direkt hier eins hier eins da hinten war es nö schau mal Und da oben gibt's was. Okay, wie komme ich da hoch? Hä? Da ist er doch, der Schiller-Meter. Ja, da schüttet er doch, oder? Dreiglein. Ja. Fähigkeiten, Vakuum-Kick. Nice. Hier erzeugt ein Erd-Siegel, okay. Hikariki. Schlafeffekten. Ah, dann hau doch den gleich weg. Du machst einen Brutzler. Und... Und... Du machst das. Hear me! Hi, 70er. Ey, der hat auch echt gut schaden raus, ne? 483-111. Du kannst jetzt dem faulen Eiborg durch die Gegend nutzen. Das ist es, der거 zum Kunst. U knows, wir sind halt anderem zum nächsten Mal. Das hat mich, trip patin denn auch bis hin. Und wie zum turkey healthcare. Ich ether odor an zu faszinfl csat. Und wie beim lou ruden.